Wenn bei einem Fußballspiel auf den Fahrröhrer Inseln der Wind so stark ist, dass vor einem Elfmeter der Ball immer vom Punkt rollt... Darf man den Ball festhalten? Wer? Mach mal! Ich glaube, der Mitspieler oder sogar der Mitspieler, aber mach mal! A. Muss der Schütze aus dem Stand schießen? B. Müssen die Mannschaften eine Mauer um den Schützen bilden? Oder C. Darf ein Mitspieler den Ball fixieren? Ich meine, dass es C. Darf den Ball fixieren?